Moin moin und willkommen hier zurück zu Far Cry Primal und ihr seht es schon ich bin mit dem Schneeblut Wolf unterwegs der mir gerade hier noch so das Leben gerettet hat denn ja just in dem Moment als Nvinia befreien wollte hat mich im Bär angegriffen und er hat sich mal ganz tapfer geschlagen musste ihm zwar ein bisschen helfen aber das macht nichts okay ich habe gesagt wir kümmern uns diesmal ein bisschen hier um den Süden noch um diesen südlichen Bereich dass ich einfach die Höhle noch mache und die Nebenquests hier im Prinzip den Außenpost nach auberer und hier oben haben wir noch eine Nebenquest die hole ich mein erstes mal ich höre doch schon wieder irgendwen rumschreien irgendwo nein das war nicht gerade die Hirsche können das Lager sein wir müssen auf jeden Fall gleich irgendwas töten Stammeskonflikt okay immer nach oben Erreiche den Ort gut wir erreichen mal den Ort ach Moment ich renne in die falsche Richtung so erreichen wir den Ort natürlich nicht und die sind gerade fein in der Nähe der Wolf knurrt Okay Anführer töten und die Leiche plündern Bonus unentdeckt bleiben okay das ist natürlich wieder so eine Sache hat die letzten Male ja auch hervorragend nicht geklappt deswegen gehe ich erstmal nicht davon aus dass es auch diesmal funktioniert beziehungsweise dass es diesmal überhaupt funktioniert so ich schleiche mich mal ganz kurz von hier oben ran hier dürften sie mich eigentlich nicht sehen ich glaube beim letzten Mal hier das Problem dass ich halt direkt irgendwie zu weit vorne standen die mich gesehen haben während ich mit der Eule unterwegs war das ist alles uncool ich habe auf jeden Fall schon mal einen Typen mit dem Horn das heißt hier sind Alarmposten okay hier haben wir auch einen Alarmposten ich habe jetzt einen Bogenschützer ja ich müsste auf jeden Fall die Alarmposten ausschalten wir haben hier zwei Stück einmal hier unten und einmal hier oben so ich würde sagen wir schnappen uns den hier unten auf jeden Fall und jetzt ist die Frage irgendwo springt da einer rum da vorne okay hat dann linksen links auf irgend so eine Maske wenn ich es richtig sehe das heißt also wenn ich es erstmal drauf schieße kann er Alarm schlagen ich schicke mal den Wolf los da kann er sich mit dem beschäftigen und ich gucke dann mal was übrig bleibt okay sehr schön also wir haben auf jeden Fall schon mal die Alarmposten ausgeschaltet ganz unauffällig hier mal oben rum turnen da hinten rennt auch noch einer rum die können wir uns vielleicht mal schnappen der ist nämlich gerade einzeln das Problem ist ich sehe gerade nicht seinen Kopf so wirklich okay wir gucken mal ganz kurz der späht ja auch in die Richtung glaube ich wenn ich es richtig sehe okay Ich glaube, die haben mich jetzt auf jeden Fall schon entdeckt. Zumindest wirkt es so. Denn der Bonus scheint auf jeden Fall weg zu sein. Gut, mein Würfchen ist schon mal Geschichte. Weil es aktuell so wirkt, als wenn die mich noch nicht gesehen hätten. Das wundert mich gerade ein bisschen. Naja, den können wir gleich wieder beleben. Oh. 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 Ich bin mir echt noch nicht so sicher ob die mich jetzt eigentlich gesehen haben oder nicht. Denn irgendwie, also es kommt ja keine Angelrand, obwohl die ja genau wissen wo ich bin theoretisch laut Anzeige. Okay, also sie wissen auf jeden Fall, dass ich da bin. Okay. So wie dazu. So, der könnte jetzt auf jeden Fall schon mal herkommen. Komm doch mal her, hier. Wo ist Bob? Toi, jetzt wollte ich gerade auf ihn schießen. Mann, ich treffe ja nicht den Scheiß-Bengel hier. Okay, Moment. Wann wir mal 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 whoanders. Here, hoch. Hoch. Komm hier hoch, scheiße. Aber, Ioann und Lemann kommen, wo ist er denn. Hier, komm, einmal nach oben und ... Ja, das ist super aber schön an dem Gesprung. Genau so macht man es nicht, ne? Freunde, ich habe es gesehen. Ja, so übrigens, ich habe mich das Letzte schon mal gefragt, ob das egal ist, von wo man springt und wie tief man fällt. Aber ganz offentlich ist es nicht egal. Wie trefft ihr mich hier mit dem Takedown? So, hat der Mann geschrieben letztens, ich soll mal den Doppelboden auf den Oberschenkel zielen. Wenn ich natürlich den treffe. Ja, okay, es scheint doch zu funktionieren. Okay, mal kurz hier meinen Säbelzahntiger heilen, das nützt ja alles nichts. Der musste jetzt ein bisschen leiden. Na schade, habe ich den Takedown gerade ein bisschen versaut. Okay, sehr schön. Huiuiui. So, wir gehen weiter in Richtung Außenposten. Dann können wir den mal ordentlich versauen. Im Sinne von entdeckt werden vorher, bevor wir den Außenposten erobert haben. Wobei ja letzten Endes jetzt nur die XP das Problem sind. Okay, sehr schön. Das hatten wir schon mal geklärt. Bestien Kill immer gut zu gebrauchen. Ich weiß gar nicht insgesamt, was es überhaupt noch für Achievements gibt. Von den ganzen Sachen. Also ich weiß, dass es auf jeden Fall für Takedowns Achievements gibt oder sowas. Generell halt für heimliche Kills und sowas gibt es glaube ich auch irgendwie was. Ich bin mir nicht ganz sicher. Hab mir jetzt noch nicht nachgeguckt. So, einmal kurz hier mitnehmen. Denn ich brauche noch ein bisschen Fleisch. Ich könnte übrigens mal jetzt hier das andere Ding nutzen. Und zwar sechs Gesundheitsbalken. Brauche ich allerdings zwei Grünblatt für. Ich meine, das wäre jetzt nicht das Problem. Ich kann ja relativ viel finden. Oh Gott, schon mal vom... Hm, kann ich gar nicht lupen hier. Obwohl es eigentlich Grünblatt gewesen wäre. Naja, egal. Oh, hallo. Wir sind ja gleich in der Nähe. Und gucken mal nach den Außenposten. Oh, da ist echt eine Menge los. Wir verstecken uns im Ordnung völlig in einem Baum. Und hoffen wir es sonst nicht sehen. So, der gleich Nacht. Wir könnten hier auf jeden Fall rein, theoretisch. Okay, da ist noch so ein. Nehmen wir den erstmal mit. Einfach damit wir erstmal auf Nummer sicher gehen, dass sie keine Verstärkung holen. Okay. So, wir hätten da unten... Okay, sehr schön. Wir müssen ja die da hinten noch mitnehmen. Und wir brauchen ja gleich die Eute. Ich habe das nämlich schon geskillt, dass sie jetzt relativ zügig wieder verfügbar ist. Dann machen wir gleich hier die nächsten Posten oben kaputt. Okay, ja. Genau dich. Oh, Moment, da ist auch schon noch so ein Fritz oben drauf. Na ja, ich glaube, ich muss auf jeden Fall erstmal den da oben noch kaputt machen, bevor ich dann halt irgendwie da runtergehe. Oh, zum Hänger ran hier hin... äh, hin. Sag mal. Okay, Moment. Einmal kurz die Eute nochmal holen und den oben noch ausschalten. Oh mein Gott, jetzt habe ich vorunter. Okay, sehr schön, wir sind auf jeden Fall schon mal auf der richtigen Spur. Ich hoffe, ich komme da ran, ohne dass sie mich sehen. Okay, hier ist irgendwo einer, der mich sieht. Ich weiß aber gerade nicht, wo. Okay, dann gucken wir uns da mal ganz kurz die Gegend hier an. Ich möchte nämlich mal wissen, wer mich hier entdeckt hat. Wundert mich ein bisschen. Ach, hier oben ist noch einer. Alles klar, habe ich gar nicht gesehen. Ich sollte echt mal so ein bisschen ein paar Bomben runterwerfen oder sonstiges. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Okay, also der hat auf jeden Fall einen kurzen Prozess mit dem Tierchen gemacht. Das ist natürlich nicht so schön. Eure Eule ist auf dem Rückweg. Ja, sehr schön. Auf jeden Fall gleich wieder da. Ich kann es nochmal angucken, hier das Lager. Nur mal sicher gehen. Ich habe jetzt aktuell gerade nur noch einen Typen hier im Blickfeld. Und das ist der komische Boss hier drin. Da oben ist noch einer. Ja, der Typ auf jeden Fall. So, kann ich den vielleicht ausschalten mit der Eule? Das geht leider nicht. Schade. Macht nichts. So, dann einmal hier hinter. Wo ist denn der gerade hin? Hier war da gerade einer. Merkwürdig, merkwürdig. Wo ist denn der hin? Sag mal, hier war da gerade noch so ein Typ. Ich habe ihn dann genau gesehen. Vielleicht hier vorne irgendwo rausgelaufen. Der ist tot auf jeden Fall. Und ansonsten, was mich hier ein bisschen wundert, dass ich halt gar niemand auf der Karte sehe. Ja, selbst den da hinten sehe ich nicht auf der Karte. Ah, hier ist noch jemand. Der schläft allerdings. Okay, dann können wir ja so erstmal nichts mehr weitermachen mit der Eule. Kurz ins Interface. Gucken nicht, dass ich das irgendwie wieder deaktiviert habe versehentlich. Denn irgendwie... Ja, warum auch immer aus. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Manchmal scheinen hier irgendwie bestimmte Sachen auszusehen. Hatte ich ja irgendwie damals schon gehabt mit der... Also mit dem Interface hier. Mit der Anzeige von den Lebenspunkten der Tierchen. So, Wutzmengar. Okay. Okay, der kommt auf jeden Fall hierher. Okay. Da bin ich immer schön dran vorbeigehüpft. Ach, was hat denn noch geklappt? So, okay. Okay, einmal hier oben rein und den noch abmuxen. Jawohl. Sehr schön. Ich bin echt an dem Anführer vorbeigehüpft. Ach, herrlich. Kein Alarm ausgelöst. Sehr schön. Ich glaube tatsächlich, man muss gar nicht... Also... Gibt ja die Variante, dass halt nach Verstärkung gerufen wird. Oder halt, dass man nicht entdeckt wird. Ist halt die Frage. Ob das jetzt hier zählt. Naja, da haben wir den Schneeleopard hier gleich mal häuten. Der muss ja leider herhalten als kleine Ablenkung. Naja, irgendwas immer. So, ich habe jetzt auf jeden Fall schon mal 218 Einwohner. Das ist schon mal sehr gut. Und wir gehen mal direkt hier hinter in Richtung Hand. Die nehmen wir gleich mit. Da fehlen jetzt noch so viele. Ich habe noch nicht mal die Hälfte. Ich glaube 40 oder so. Was habe ich jetzt insgesamt? Also das dauert noch ein Eckchen. Okay, immer hier nach oben. So, dass es denn einen Weg hier nach oben gibt. Ja, hier oben geht es lang. Alles klar. Wo ist sie denn? Ähm... Ach, hier. Irgendwo. Leuchtet ja großenbreit. Das ist gut im Dunkeln. Da sieht man die so gut. Okay, sehr schön. Dann haben wir hier unten auf jeden Fall noch eine Hand. Die nehmen wir auch gleich noch mit. Und dann ist auch schon wieder Folgenende. So, wir nehmen auf jeden Fall wieder den Blutfang, Säbelzahntiger. Und wir werden uns auf jeden Fall mal demnächst hier um die Quest von der Jägerin kümmern. Denn die möchte mit uns zusammen unbedingt Mammutsjagen gehen. Zumindest hat sie das irgendwie gesagt. Ich weiß nicht, wo die Quest ist. Da oben. Schließe sich Jemers Jägern an, um ein mächtiges Mammut zu erlegen. Ich denke mal, das wird das hier oben sein. Ganz im Norden. Das Blutfang-Mammut. Na, Blutzahn-Mammut. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Okay, ich nehme mal ganz kurz noch den Schmerzen. Das Rotblatt mit. Ja, ja. Geht mal wieder stiften hier. Nicht gleich anknurren und sowas. Könnt ihr gleich vergessen. So, hier drüben ist gerade ein Event. Das vorhören wir uns mal. Ich glaube, ich muss da jemanden befreien, wenn ich es richtig gesehen habe. So aus den Augenwinkeln. Ach, nee. Vor den Raubtieren beschützen. Man sieht ja vor allem auch so viel. Okay, okay. So, komm. Einmal mitnehmen hier. Haben wir es jetzt geschafft oder kommen wir noch mehr? Ist halt die Frage. Na, zumindest wird es schon mal hell. Das ist ziemlich gut. Dann erkenne ich wenigstens ein bisschen was hier in der näheren Umgebung. Oh, da ist noch ein Wolf. Und dabei wollte ich doch einfach nur zu der Hand gehen. Ich weiß, weil ich gesagt nicht. Also ich sehe hier gerade irgendwie nichts. Also die sind... Oh, ich bin halt geschützt. Nee, hoffentlich noch nicht. Das reicht noch nicht. Warum auch immer. Aber ich sehe halt gerade auch nichts. Das ist ein bisschen ungünstig. Irgendwo fehlt mir noch ein Viech, was den ans Leder will. Die Frage ist nur, wo... Und wann es auftaucht. Hat der gerade gerülpst, die Sau? Ist ja unglaublich. Hm. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Es scheint er jetzt irgendwie weg zu sein. Naja, egal. Moment. Wir haben da vorne auf jeden Fall... Cool. So, damit hätten wir jetzt schon wieder... ...eine mehr. Und es gab gerade eine Belohnung. Hier müsste eigentlich einen Skillpunkt geben, glaube ich. Hoffe ich. Na. Denn bei 40 standen irgendwie noch zwei. Hm. Oder auch nicht. Hab ich vielleicht verguckt. Naja. Egal. So, was haben wir denn noch hier in der Gegend? Wir haben auf jeden Fall hier unten noch die Höhle. Wir haben hier noch zwei Nebenquests. Die wir da machen können. Und ansonsten... Ja, was haben wir hier oben eigentlich im Dorf? Was ist da los? Ich mache noch eine Höhle. Also wir haben noch ein bisschen was zu erforschen. Und hier auf jeden Fall hier schon mal eine... ...Quest noch offen für den hier. Für den Schamanen. Aber ansonsten hier nichts weiter. Das braucht der Nord-Zeter und... ...in der Bevölkerung habe ich Nordschwarzstein. Das habe ich natürlich nicht. Es freut mich halt, wo Roshani steckt. Bin mir nicht ganz sicher, wo ich den herbekomme. Hm. Naja. Gut. Ich werde mal noch ein bisschen rumsuchen hier unten im Süden. Werd noch die Nebenquests erfüllen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Schönen Dank fürs Reinschauen. Und bis zum nächsten Mal.